Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banager Ghost of New Eden. Ich muss mich bei euch echt entschuldigen, es kamen halt wirklich kaum Videos. Es kam unregelmäßig oder sonst irgendwas. Es ist... Ich habe momentan massiv ein Problem, dass ich huste. Also das ist... Keine Ahnung, was das momentan ist. Es ist auf jeden Fall massiv das Problem, dass ich manchmal schon gar nicht mehr großartig es kontrollieren kann. Also es kommt manchmal noch ruckartig und... Ja. Nun dachte ich mir, ey, da kannst du dich aufnehmen, du bist krank, das funktioniert nicht. Was sollen denn die Leute dann gucken, wenn du die ganze Zeit am Husten bist und alles. Und jetzt ist es halt so, dass ich mich muten werde, wenn ich merke, ey, der Husten ist on the way. Weil wir haben viel, viel, viel noch zu tun und es kommen so viele krass Spiele, dass ich einfach nicht sagen kann, ey, ich kann jetzt komplett nichts mehr machen. Da sonst der Kanal auch komplett drunter leidet und das wäre nicht toll, weil die Klicks gehen allgemein gerade schon nach unten, da ich gerade momentan auch nichts mehr getan habe. Ähm, deswegen, ja. Falls ihr den Kanal weiterhin unterstützen wollt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst oder dann später kommt der, ähm... Ja, oder ihr habt den Abonnier-Button schon gesehen, die mir den Venom gemacht hat. Ähm, da würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit Banjo Ghost of Noiden, wo wir letzt mal aufgehört haben, ähm... Und wir wieder mal in meiner Lieblingsmine sind. Ich hasse die Mine immer noch und da wird sich nichts dran ändern. Weil... Alle Wege von hier führen immer an die Mine. Das ist einfach, einfach nur noch... Ach, moin. Äh, einfach nur noch nervig. Wo ich die Mine gecleared habe, ist hier Gegner. Mhm, mhm, mhm. So. Dann war der Husten wieder kurz da. Wie gesagt, ich... will euch das ersparen und dann mute ich mich einfach mal immer schnell. Ähm... Ist auf jeden Fall um einiges auch angenehmer für euch. So, warum... will er mich jetzt hier hochschicken? Ich denke, ich soll die Mine... Ah. Soll das hier nehmen. Aber da sind doch keine Unterschiede, oder? Großartig Unterschiede. Gibt's doch hier gar nicht. Also denke ich mir immer jetzt. Was sind hier Unterschiede? Weil es ist ja ein und derselbe... Gang. Also... Jetzt ich jetzt mal. Nicht, dass ich jetzt wüsste, ey. Jetzt hier irgendwie doch hier. Bleibt der jetzt vielleicht hier stehen? Dass der Fahrstuhl vielleicht jetzt hier stehen bleibt und... nicht weiter nach unten fährt. Nicht, weil der Geist hier ist. Der macht hier Stop. Ah, ich passe euch so sehr. Ich hab euch nicht vermisst. Ja, aber es muss sein. Ja, ich seh's. Lass das. Lass das. Find ich nicht gut, dass du das machen wolltest. Lass das sein. Oh, oh. Mein Schild. Wollen wir wieder reinkommen. Lass das sein. Haben sie die überhaupt nicht wieder schämen? Es ist verdammt dunkel hier. Ja. Da wären wir also. Jetzt. Lass uns das Symbol finden. So. Äh, Symbol. In Öfen ist halt viel von den Symbolen, ne? Will ich nicht wegmachen? Hier oben vielleicht? Nee, ne? Nee, nee. Hier oben nicht. Ähm. Ähm. Ding haben wir gemacht. Bisschen nuscht. Nee. Nee, nee, nee. 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 Nochmal runter, das Fass. Sagen wir mal was. Sag mal was. Scheint, als hätte Helen Mrs. Ingersolls Warenversteck gefunden. Wurde schon gefunden. Hier. Okay. Okay. Seht hier noch was? Da ist nichts, da ist nichts. Da kann man nichts machen. Okay. Außen? Ganz toll. So, machen wir mal schnell so. Zack, zack, zack. Hier ist irgendwo ein grüner. Der hier. Der war also grün. Ne, du. Der hier. Äh? Mach doch. Verstärkung. Da haben sie auch einer. Das war's. So, Gebiet untersuchen. Versuchen. Da ist die Kiste. Entschuldigung. Ein Kassenbuch von Ingersolls Laden. Selbes Datum. Aber die Beträge sind viel höher. Zwei verschiedene Geschäftsbücher. Eines davon weggesperrt in einer Truhe. Ich glaube, ich bin dahinter gekommen. Sie hat ihre eigenen Wagen geklappt und sie in den Minen versteckt. Dann hat sie das Geschäftsbuch versteckt, das ihre Lüge auffliegen lassen würde. Warum sollte sie das tun? Der Laden und Nathaniel sind alles, was ihr noch geblieben ist. Sie will sie nicht verlieren. Und Nathaniel kann nicht ohne sein Geld nach Boston aufbrechen. Nathaniel hat sein Versprechen gebrochen und zeigt keine Reue. Er war pleite. Also hat er Mrs. Ingersoll für ein paar Münzen von Helen Preece aufgegeben. Wir sollten zu ihm zurückkehren. Okay. Dann... nach oben. ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, schauen wir mal sozusagen, oh Gott. Was macht ihr hier? Ihr wart in meinem Laden, dann seid ihr sicher auch Nathaniel begegnet. Würdet ihr ihm etwas von mir ausrichten? Sagt ihm, dass er bleiben muss. Er hat sein Wort gegeben und er muss es halten. Ihr sucht also Nathaniel heim. Aber er hat uns erzählt, ihr hättet eure eigene Geldkassette gestohlen. Wieso? Chris hat meine Waren beschlagnahmt. Mir blieb nur noch das Geld. Ich dachte, ich könnte woanders neu anfangen. In Boston, wo alles begann. Ihr hattet das anders geplant, vermute ich. Ich bin noch nicht fertig. Ihr werdet schon sehen. Wir haben versteckte Waren gefunden. Öl, Zucker, ein paar Löffel. Vermutlich gestohlen. Gehören sie euch? Ich denke schon. Oder sie gehörten mir mal. Helen Preece hat Anspruch auf sie erhoben. Im Namen der Kompanie. Und woher weiß Helen Preece das alles? Weil Nathaniel es ihr gesagt hat. Er hat mich in der Gang, mir das Herz gebrochen. Um nach Boston zurückzukehren und dort ein gemütliches Leben zu haben, tritt er unser Vermächtnis mit Füßen. Er hat uns betrogen. Ich wusste, was er im Schilde führte. Deshalb bin ich weg. Und bin deswegen gestorben. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen, wenn es euch nichts ausmacht. In welcher Beziehung steht ihr zu Nathaniel? Woher kennt ihr euch? Eines Tages kam ein Waisenjunge in den Laden in Boston. Wollte das Handwerk lernen. Wollte Hüte verkaufen. Jeder braucht schließlich Hüte, sagte er. Wir stellten ihn ein. Seitdem ist er bei uns. Er ist mein Marktschreier, mein Verkäufer. Er ist dazu geboren. Und schreiben kann er auch gut. Ihr solltet mal die Briefe lesen, die er in seinen Freund Thomas in Boston schreibt. Erzählt mir mehr über Thomas. Er und Nathaniel stehen sich sehr nah. Nettie schreibt ihm mindestens einmal im Monat. Wart ihr je verheiratet, Mistress Duarte? Es gab eine Zeit, da hätte ich euch verurteilt, wärt ihr es nicht gewesen. Jetzt weiß ich es besser. Liebe ist Liebe. Egal in welcher Form. Nettie liebt Thomas so, wie jedermann seine Frau lieben würde. Vielleicht sogar noch mehr. Was haltet ihr davon? Da widerspreche ich nicht. Aber manchmal erfordert Liebe auch schreckliche Opfer. Woher stammt ihr? Ursprünglich aus Boston. Aber jetzt eben New Eden. Und ihr? Ich wurde auf Kuba geboren. Aber jetzt lebe ich überall und nirgends. Habt ihr euren Gatten in Boston kennengelernt? Ja. Ich besuchte eines Tages seinen Laden und da sah ich ihn. Und ihr? Habt ihr Mr. McWraith auf Kuba kennengelernt? Um Himmels Willen, nein. Wir haben uns in London kennengelernt. Durch die Arbeit. Ja. Das kommt vor. Habe ich mir sagen lassen. Wir müssen weiter. Aber wir werden uns wiedersehen. Dann werde ich eure Rückkehr erwarten. Oder auch nicht. Ja. Weiß ich nicht. 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 Bin ich jetzt nicht so von begeistern. Jetzt müssen wir mit Nathaniel noch reden. Ah gut. Dann zu ihm. Können wir uns unterhalten, Mr. Suther? Nichts wäre mir lieber. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wir müssen über die Bücher der Witwe sprechen. Stehen ziemlich mager dar. Ihr überrascht mich, mein Herr. Soll heißen, dass ihr das Ganze gar nicht tut. Wäre die Kasse prall gefüllt, ich wäre schon fast in Boston. Verschleudert ihr deshalb eure Waren? Alles muss raus, mein Herr. Ich schleppe den Krempel doch nicht zurück nach Boston. Außerdem kann ich mit dem Geld die Reise bezahlen. Batschieber hat das Geld, das sie euch schuldig war, einbehalten. Und jetzt sitzt ihr hier fest. Und Boston ist nur noch eine blasse Erinnerung? Ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen. Jetzt versteht ihr, warum ich es so eilig habe. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe Batschiebers Leiche gefunden. Die Wölfe haben sie erwischt. Oh nein. Die arme Witwe Ingersoll. Ich hatte aufrichtig gehofft, sie hätte es bis nach Boston geschafft. Habt ihr das Geld gefunden? Ich habe etwas anderes gefunden. Einen Zettel. Ihr habt Preece gesteckt, wo genau sich die von Mrs. Ingersoll in den Minen versteckten Waren befinden. Ah. Nun, ich könnte euch mehrere Erklärungen dafür geben. Aber ihr seid sicher an keiner davon interessiert. Denn nichts. Es war richtig. Ich folgte Batschieber zu ihrem Versteck und erzählte dann Mrs. Preece, wo sie sie findet. Die Waren sind überlebensnotwendig. Sie zu verkaufen wäre falsch. Ihr habt eure Chefin angelogen? Hat sie es verdient? Wisst ihr, Batschieber war nicht mehr Herr in ihrer Sinne. Sie lebte in der Vergangenheit, während wir in der Gegenwart leben und die Zukunft in riesigen Schritten auf uns zurast. Sie ertrinkte Trauer und ihre Freunde und Nachbarn müssen es ausbaden. Sie wollte die Waren nicht hergeben. Also habe ich die Entscheidung gefällt. In Ordnung. Die Zeit ist gekommen. Ich verstehe euch, Mr. Sather. Aber ich würde auch gern hören, was Batschieber Ingersoll dazu zu sagen hat. Ihr nicht? Herr Allmächtiger, was ist das? Seid unbesorgt, Nathaniel. Das ist der Geist, der den Laden heimsucht. Batschieber Ingersoll. Seid ihr zurück, um mir wieder einmal zu sagen, dass ihr mich nicht bezahlt? Dieses Geld ist das Vermächtnis meines Gatten und ich entscheide, was damit geschehen soll. Ach, das Geld gehört mir. Ich habe es verdient. All die Jahre habe ich mein Versprechen gehalten. Im Gegensatz zu euch. Ihr habt über die Bücher gelogen. Ihr habt mich betrogen. Ich? Eine Betrügerin? Du hast meinem Gatten am Sterbebett versprochen, dass der Laden nicht untergeht. Du hast einem Sterbenden dein Wort gegeben und es dann gebrochen. Ich habe geschworen, euch während eurer Trauer zu unterstützen. Den Laden während dieser Zeit zu führen. Aber ihr habt überhaupt nicht getrauert. Stattdessen habt ihr all eure Kraft in das Geschäft gesteckt. Ihr könnt es nicht loslassen. Ihr könnt ihn nicht loslassen. Ich kann meine Zeit nicht weiter für euch opfern. Ich muss mein Leben leben. Euer toter Gatte muss das nicht mehr. Ihr müsst mich gehen lassen. Indem du sein Geschäft aufgibst, beerdigst du meinen Mann ein zweites Mal. Der Name Ingersoll wird wegen dir verschwinden. Zeit, das zu beenden. Ja, gute Frage, was wir da machen, ne? Den großen Ganzen hat sie nichts Böses gemacht, ne? Wir lassen sie aufsteigen, komm. Lassen wir sie gehen. Bajiba Ingersoll, indem ihr das Geschäft eures Gatten fortführt, bleibt er für euch am Leben. Aber es ist jetzt Zeit, dass auch ihr geht. Ich werde niemals gehen. Es muss euch unfassbar schwer erscheinen, loszulassen. Aber die Toten können nicht hierbleiben. Ihr müsst eure Reise antreten. Aber was erwartet mich am Ende der Reise? Wird mein Gatte meine Entscheidungen für gut befinden? Habe ich seinem Namen alle Ehre gemacht? Materielle Fragen müssen euch nicht länger beschäftigen. Das Vermächtnis eures Gatten ist nun eures. Und Nathaniel hat es geerbt. Lasst los. Er. Meine Rechnungen sind bezahlt. Die Konten ausgeglichen. Ich kann nun gehen. Nathaniel. Das Geschäft gehört dir. Kümmere dich gut darum. Ihr könnt gehen. Ihr könnt gehen. Und da spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann hätten wir das auch erledigt Perfekt Hammer, Hammer, Hammer Das heißt, wir haben So, wir haben noch Karte Die haben wir noch Die werde ich mir mal angucken Untersuchen Theodor Shepard, Aufbruch Südostensichere Rückkehr Aufbruch Westen Theodor Shepard, keine Sicherung Adler Augen Kann ich da hinreisen? Eine Frage Nein, kann ich nicht Okay Dann gehen wir da hin Der Schemen sucht nach einem Körper Warum habe ich das Gefühl Dass wir vollkommen schutzlos sind? Lass mich dir helfen Und bleib tot Da Da war noch einer Der ist jetzt tot Okay Äh, wir müssen da lang Da geht's lang Ei, ei, ei Warte mal, da war was Hier ist da irgendwas Ein pödes Hexending Irgendwo Ne, ne Oder? Hey Wie doof Hier ist da irgendwas Eine Scheiße Ich guck mal drüben Vielleicht drüben Hört sich so an Als wär hier was Da oben Okay Seelenscherpe So Ah, da waren wir ja vorhin auch schon hier Mal auch aufmachen So Da haben wir Ein Kletterer Das heißt Hier ist dann auch irgendwo So ein Topf Für eine Figur Zum reinwerfen Ähm Dann Das da Okay Ja, ich würde sagen Dann sehen wir uns in der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Und haut ihr rein Und tschö